Oh, meine Maus macht hier so. So, meine Lieben, herzlich willkommen. Wir gehen rein bei Jolly Night. Das habe ich nämlich noch nicht gespielt. Das ist zwar jetzt schon nach Weihnachten, aber wir sind zwischen den Jahren und da sind Weihnachtsspiele definitiv noch erlaubt. Ich habe auch nur noch zwei kleine für euch. Das ist noch ein anderes. Oder hier gehen wir auf jeden Fall rein. Ich würde mal sagen, let's go. Und ich muss nur auf die Nase drücken, dass es losgeht, umso besser. Boah, ich hätte die übersetzen, oder? Ja. Okay, um meine Nase zu lesen. Oh Gott. Ähm. Den Feuerplatz anmachen. Die Lichtgerlanden erleuchten lassen. Den Baum dekorieren. Musik anmachen. Äh. Put on Music. Set plates. Ach so, Tischplatten. Äh. Prepare the Sacrifice. Und Merry Christmas. Okay. Ja. Ja. Ich weiß Bescheid. Gunther. Gunther, geht's dir gut? Not fuck around. Okay. Aber Gunther, ich wollte nur wissen, ob's dir gut geht. Ja, ich hab einen Job zu tun. Hast du recht. Dann mach ich den jetzt auch. Das Licht an. Ja. Gut. Dann mach ich jetzt diesen Job. Wenn ich dann die Lichtschalter finde. Und im Bad. Gibt's hier keine Lichtschalter? Doch. Ah, heller wird's nicht. Fantastisch. Muss im Dunkeln scheißen. Im Dunkeln scheißen. Was? Mumbelst du da vor dich hin? Hier raus. Ah. Dann geh ich hier hinaus. Ich hab übrigens ne Taschenlampe. Da wird auch schon rumgekeift. Taschenlampe, dass ich die Lichtschalter finde. Wär schön. Riesentliche Schalter. Ah, der ist schon an. Wunderbar. Wo ist die noch die Tür? Was haben wir hier? Ach, hier ist der Opferraum. Fantastisch. Machen wir auch mal ein bisschen Licht an, damit wir nachher wissen, wo wir hin müssen. Ja, also bitte. Gut. Dann geh ich jetzt mal die Treppen runter. Ich kenn auch alle keine Lichtschalter, ne? Man kann die echt benutzen. Und dann sieht man Dinge. Hier ist keiner. So ein kleiner, süßer Fuchs. Was machst du denn hier? Ich kann die Musik noch nicht anmachen. Ich muss erst mich um die anderen Sachen kümmern. Äh, wo ist denn das Feierding ist? Da. Guck mal. Dann machen wir das jetzt zuerst. Guck mal. Schön. Besser, ne? Jetzt gucken wir mal. Ja. Ob ich die Musik anmachen kann. Okay? Die Musik ist nicht. Ich muss mich erst um die Gelanden kümmern. Im Keller, glaube ich. Weiß noch nicht, wo der Keller ist. Hier wahrscheinlich. Aha. Na, proper Lichtschalter. Ja. So. Äh, die Gelanden hängen die schon. Und dann muss ich die Gelanden nur noch... Ja. Ich will auch mal die Gelanden nur noch mit Strom versorgen. Das ist jetzt die Frage hier. Da. Guck. Da. Guck. Dk... Wie ist das? Und wo eine Box stehen? Die neue Box� stehen mit Christmas... Dekoration. Aha. Na, seht der ... Steht doch nicht im Weg rum. Kontrolliere auch nicht immer was ich mache. Ich mach das schon richtig, okay? Lass doch die Menschen mal in Ruhe. Guck mal, wie schön hell das ist. Wie schön das gleich hell ist. Der Baum auch noch leuchtet. Jetzt guck ich mal, ob ich dir deine Musik auflegen kann. Komm, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt. Jetzt habt ihr eure Weihnachtsmusik. Das ist schön. Okay, setz the plates. Das werde ich schon mal machen. Du scheißt auf meine Scheuerleisten. Ich sag's dir. Da verstehe ich keinen Spaß mit. Das ist schön. Das wird gerade unten geopfert. Das muss auch mal sein. So. Hauen wir. Ähm. Prepare the sacrifice. Ja, davon muss ich nochmal runter in den Keller, glaube ich. Ähm. Jungs, ich bin gleich wieder da. Die Frage ist jetzt, die ganzen Schweine wahrscheinlich nicht, ne? Ah ja. Gut. Ja. Hier wollt einfach... Du könntest mir ruhig mal tragen helfen. Anstatt einfach nur zuzuglotzen, was ich mache. Das war's gut. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Das war. Oh mein Gott. Okay, wir haben ihn bekommen dafür Kinderhirne, zarte weiche Kinderhirne, die isst jeder gerne. Kommt, Leute, kommt, kommt, jetzt wird geschmaust. Sehr schön. Ja, Jolly Night fand ich witzig, war was anderes, war natürlich ein hartes Thema, aber trotzdem war es mal etwas anderes. Und eine Sekunde, ein Weihnachtsgame habe ich noch für euch. Ja. 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 Ja.